TARLEON! Wie geht's dir? Du P***er B***er SAUJUNGE! Neuer Style, neuer Mensch! Was soll ich das überhaupt heißen? Was soll ich das überhaupt heißen? TARLEON! Wie geht's dir? Ah, die Ella macht die Shotgun-Challenge. Neeeeee! Was ist bei dir los? Nein! ODEN! 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 Ah! Dicke! Left, 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 right? Halt's oben auf! Aaaaaaah! Schreib mir was in den Shit, dann kriegt ihr einen neuen Ferrari! Ich verspreche's euch. Zwei Kills und dann kommt da noch einer. WIE? WIE? JUGE! So langweilig Du verrückst. Alle zerstört. Nice. Oh, he made you take any shit. Drop the Diffuser. Hätte den Diffuser ausgekackt, das hätte liegen lassen. Also die Schuhe in der Camp und die sind ja richtig geil, Junge. Ja, das sind richtig geile Gucci Schuhe. Also rechts ist ein Gucci Stifel und links ist easy, oder? Ja. Ja. Ja, gut. Kann man mal machen. Tim auf 90. Ach, da ist ein Ali-Beating. Ja. Hast du das gerade angeschossen? Nein, aber ich bin da gerade fast reingelaufen, weil ich es nicht gesehen habe. Ich bin doch blind, Alter. Wenn ich auf dem Spiel gestanden hätte, hätte ich einfach absolut nicht wahrgenommen. Echt? Ja. LOL. Also ich kann den mir jetzt auch angucken, aber ich habe keinen Bock zu meinem Handy hinzulaufen. Ja, halt die Fresse, Rainer. Du wirst dann eh disconnecten mit deiner Bambusleitung. Ich mach das jetzt. Ich kann mir jetzt mein Handy holen, das durchkonectet kein Bild zu. Ich mach das. Äh, sieben Stunden. Ja. 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 Ja.